Bei ihm läuft es gerade maximal rund. Mit seinen Comedy-Programmen füllt er die ganz grossen Hallen. Das Publikum liegt ihm zu Füssen. Netflix hat seine Shows als Specials eingekauft. Den deutschen Comedy-Preis gewann er bereits zweimal. Im Dezember wurde sein Podcast Gemischtes Hack, den er zusammen mit Tommy Schmidt produziert, wieder zum beliebtesten Spotify-Podcast in Deutschland und der Schweiz gewählt. Der einzige nicht-englische Podcast, der es sogar in die weltweiten Top Ten von Spotify geschafft hat. Sein Buch Sonne und Beton war ein Bestseller und kommt dieses Jahr als Verfilmung ins Kino. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Felix Lobrecht, herzlich willkommen. Hi, Frau Obleich. Ich habe fünf Comedy-Preise. Ziemlich viele Preise, ziemlich viel Erfolg, echt viel Erfolg sogar. Und in der New York Times gab es auch eine Lobeshymne auf Sie. Man fragt sich schon, sind Sie eigentlich ein Glückspilz oder ein Workaholic oder beides? Also, ich arbeite viel, aber das meiste meiner Arbeit fühlt sich eigentlich nicht wie Arbeit an. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch viel machen. Aber ich glaube, da gehört auf jeden Fall auch Glück. Es gibt viele Künstler irgendwie, die in der Analyse von ihrer eigenen Karriere die variable Glück völlig rauslassen. Und das ist ziemlicher Blödsinn. Weil die härteste Arbeit bringt nichts, wenn man nicht irgendwie Glück hat mit irgendeinem Timing, Connection oder was weiß ich was. Aber die Geschichte, die Sie über sich selbst erzählen, haben Sie ja mal gesagt, Sie hätten eigentlich von Comedy keine Ahnung gehabt und mal was probiert, von Büchern keine Ahnung gehabt. Dann wurde es ein Bestseller. Ist das nicht auch ein bisschen ein Understatement als PR-Gag? Ich glaube, ich bin nicht für Understatement bekannt. Aber glaube ich nicht, weil das stimmt. Es gibt Comedians, also ich bin ja jetzt auch viel auf den ganz kleinen Shows unterwegs, um so neues Material zu testen und so. Da lerne ich halt auch viele Undergrounder Comedians kennen. Und die haben unglaubliches Wissen über Comedy. Die können einem jedes geiles Special aus den USA von 1970 bis heute runterbeten, so mehr oder weniger. Kennen alle Fachtermini, kennen alle Witzstrukturen, aber sind in ihrem Leben 15 Mal aufgetreten. Und bei mir war es halt genau umgekehrt. Also ich kenne mich, also mittlerweile natürlich jetzt, weil es jetzt auch schon länger so mein Job ist, aber ich habe mich erst, als ich das schon jahrelang gemacht habe, angefangen wirklich mit dem Handwerk Comedy auseinanderzusetzen. Und bei Buchschreiben war es genauso. Also ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich einigermassen viel gelesen für meine Verhältnisse. Aber wie man ein Buch schreibt oder so, wie Dramaturgie funktioniert, von sowas habe ich keine Ahnung gehabt. Es gibt ja auch die Geschichte, wie Sie eigentlich angefangen haben. Und die Geschichte geht so, dass Ihr Bruder eigentlich Sie angemeldet hat beim Poetry Slam. Und Sie wurden erst gar nicht ausgelost, sondern eigentlich kam der Typ, der dann hätte auf die Bühne kommen sollen, war da nicht. Und dann wurde nochmal nachgezogen und Sie waren dann dabei. Ist das nur eine gute Geschichte oder ist die auch wirklich wahr? Das ist tatsächlich so. Ich schätze, es erinnert sich niemand mehr daran aus dem Publikum, aber wenn, dann würde ich das gerne mal jemanden bestätigen lassen, weil das klingt natürlich sehr ausgedacht. Aber es war wirklich genau so. Also ich war nicht ausgelost, es waren irgendwie mehr Anmeldungen als Startplätze. Der letzte Startplatz kam nicht und dann war ich auf einmal der Letzte, der aufgetreten ist. Und dann hat es für damalige Verhältnisse okay funktioniert. Und ab dem Moment, wo ich so diesen ersten Lacher auf der Bühne hatte, war ich dann so angefixt vom Auftreten. Und habe ab dann angefangen, so für die Bühne zu schreiben. Was treibt Sie denn an? Ist es die Bühne? Ja, also in meinem Selbstverständnis bin ich auf jeden Fall mit weibem Abstand an erster Stelle Comedian. Und Auftreten ist auch das, was mir am meisten Spass macht. Und jetzt gerade treibt mich eigentlich einfach Besserwerden an. Also ich habe Lust, besser zu werden als Comedian. Und besser wird man durch viele Auftritte und durch viel Erfahrung und sowas. Sie haben mal gesagt, Zufriedenheit sei ein unkreatives Lebensgefühl. Das heisst, eigentlich ist Unzufriedenheit das, was Sie antreibt. Sie denken immer, es geht noch was. Ja, wahrscheinlich. Ja, der Spruch ist nicht von mir. Ich habe den irgendwo geklaut, ohne Quellenangabe, weil ich nicht weiß, von wem er ist. Irgendwann kommt es dann raus. Irgendwann kommt es raus. Schöne Grüße. Ja, also Zufriedenheit im Sinne von satt sein, glaube ich. Ich glaube, wenn man satt ist, dann... Ja, dann... Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man über mich sagen würde, ich würde mich auf meinem Erfolg ausruhen. Ich glaube, das fände ich irgendwie wirklich kacke. Und solange ich irgendwie immer noch so Hunger habe, wie man auch immer den definiert, also bei mir ist es jetzt gerade nicht primär irgendwie ökonomisch oder sowas, so finanziell ist gerade alles okay. Aber ich habe halt den Drive irgendwie, ich will als Comedian einfach besser werden oder ich will, was weiß ich was, Klamotten geben, upsteppen, will noch ein Buch schreiben, ich will, dass der Film gut wird. Ich will, ich habe noch so viele Sachen, die ich machen will. Und das hält mich irgendwie am Ball. Und was heisst das für Sie als Comedian besser zu werden? Ich meine, Sie haben die ganzen Preise gewonnen, Ihre Tickets, die Sie da verkaufen für die neue Show, die waren innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Woran würden Sie bemessen, dass Sie noch besser geworden sind? Ja, also Preise sind mir ziemlich egal, ehrlich gesagt. Das ist nur so, also es ist eine nette Anerkennung, aber es bedeutet mir nichts. Echt? Ja, wobei die letzten beiden Comedypreise schon ein bisschen, weil es Votingpreise waren. Aber jetzt, also es interessiert mich eigentlich nicht so. Naja, besser wird, also ich finde, je mehr ich es schaffe, mich selber auf die Bühne zu bringen, ohne mich zu verstellen, desto besser werde ich als Comedian. Also bin ich als Comedian, finde ich. Ja, und dann halt einfach so objektiv messbare Sachen wie, wie viele Lacher kriegt man, wie doll sind die Lacher, wie lang kann man eine Sache reiten, so wie kreativ ist eine Prämisse, also wie überraschend ist die Pointe. Und auch einfach so die Themen, die ich bespreche, weil ich hatte vor drei, vier, fünf Jahren teilweise Ideen für Sachen, die ich jetzt ins neue Programm nehme, weil ich mich damals da noch nicht herangetraut habe, weil ich noch nicht das Gefühl hatte, irgendwie das so erzählen zu können, dass man wirklich versteht, wie ich das meine. Also das heisst für mich besser werden, dass ich Themen besser auf den Punkt bringen kann, die irgendwie ein bisschen komplexer oder edgiger sind oder was auch immer und dass ich nicht das Gefühl haben muss, mich auf der Bühne zu verstellen. Kommen wir zurück zur Frage, Glückspilz oder nicht und wie man überhaupt so im Leben steht. Es gibt ja so das grosse Thema des Lifehacks, das immer wieder auftaucht in ihren Podcasts, im gemischten Hack. Es gibt auch Hackies, also die Leute, die das gucken, die haben ganze Seiten auf Instagram zum Beispiel, wo man diese Lifehacks angucken kann. Und die Idee eines Lifehacks ist ja sowas wie so ein praktischer Tipp, der einem hilft, besser durchs Leben zu kommen. Da gibt es ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel, dass sie ihre Wäsche auf Bügeln trocken lassen, dass man Adiletten einpackt, wenn man ins Hotel geht, damit man sich mehr zu Hause fühlt und so weiter. Aber es gibt auch philosophischere Hacks, zum Beispiel, sagen Sie irgendwo, wenn man sich Neujahrsvorsätze macht, dass man sich möglichst quantifizierbare Ziele setzen soll, weil dann hat man nicht sowas wie, ich möchte mehr lesen, sondern ich möchte zwei Bücher pro Monat lesen und dann wird es irgendwie einfacher, sich daran zu halten. Was sind diese Hacks für Sie ganz persönlich? Ist das etwas, was Sie selber wirklich befolgen? Sagen Sie so, jetzt habe ich hier so eine Idee und die ziehe ich jetzt auch durch? Es hat eigentlich angefangen als irgendwie so ein Podcast-Gaga, einfach so. Also das war jetzt nichts irgendwie so krass Überlegtes und es hat den Leuten dann gefallen. Dann haben uns auch viele Leute irgendwie so Sachen zugeschickt, die dann wirklich auch einfach eine gute Idee waren. Also teilweise sind das wirklich irgendwie gute Ideen. Also in meinem Leben spielen so Lifehacks keine große Rolle. Das hat jetzt das wirklich größtenteils der Podcast. Aber so, also dieses mit quantifizierbare Ziel oder sowas, ich weiß nicht, ob ich das als Lifehack bezeichnen würde, aber das ist einfach sowas, was ich an mir selber gelernt habe, dass mir das hilft, wenn man sich relativ konkrete Ziele setzt. Weil sowas abstraktes wie, ich will mehr Sport machen. So, ja, okay, Alter, wenn du letztes Jahr gar nicht trainiert hast, dann gehst du jetzt, dann gehst du am zweiten, ersten einmal zu McFit, dann hast du mehr Sport gemacht als letztes Jahr. Also wissen Sie, was ich meine? Also sowas. Ich finde dann so messbare Ziele auch besser nachverfolgbar. Ich glaube, mich interessiert an diesen Lifehacks und schon auch, wie Sie das im Podcast machen, trotzdem auch sich nochmal zu überlegen, woher kommt eigentlich die Idee? Und die kommt ja aus dem Silicon Valley, eigentlich ursprünglich, der Lifehack. Und die haben ja schon die Idee, man kann eigentlich alles lösen. Alles. Auch das Leben an sich kann man knacken, kann man hacken. Wir könnten ja unsterblich werden, glauben einzelne Forschende im Silicon Valley. Und das ist das, was mich irgendwie so ein bisschen unruhig und zappelig werden lässt, weil ich irgendwie denke, hey Leute, es geht nicht darum, das Leben zu hacken. Es geht nicht darum, alle Probleme wegzumachen, sondern die Probleme sind gerade das, was uns irgendwie menschlich macht. Ja, zumal so ein Leben ja auch nicht 1.0 kodiert ist. Also diesen Computeransatz von Problemlösung, also Problem und Lösung 1.0 kodiert, ich glaube, das ist aufs Leben überhaupt nicht übertragbar, weil Probleme im Leben einerseits viel komplexer sind und ja auch eigentlich nie gelöst sind, sondern Gesundheit, sondern dann irgendeinen Einfluss auf den weiteren Verlauf haben, das dann ja neue Probleme aufmacht. Also ich bin auch gar kein Fan von diesem Silicon Valley Way of Thinking und Problemlösen. und ich glaube auch überhaupt nicht, dass Technik irgendwie die wirklichen, also die philosophischen Fragen in einem Leben irgendwie löst. Weil eigentlich haben Menschen ja immer dieselben Probleme gehabt. Und ich glaube, wir sind auch im Moment selber das grösste Problem. Wir selbst und zwar die Art und Weise, wie wir uns eben nicht verändern. Sie haben in einem Podcast-Episode darüber gesprochen, dass Sie den Film Don't Look Up interessant gefunden haben. Ging mir auch so. Also dieser Film, der, ich glaube, am 24.12. auf Netflix gestartet ist. Ein Film, in dem gezeigt wird, dass die Menschheit herausfindet, oder eigentlich zwei Forschende, dass ein riesiger Meteorit auf die Erde knallen wird. Und wir werden alle aussterben. Es wird zu Ende sein. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, naja, wir raufen uns zusammen und finden eine Lösung. Aber was passiert? Die Mächtigen glauben eigentlich diesem einen Tech-Giganten, der die Idee hat, er will diesen Meteoriten sprengen, um die Rohstoffe herauszunehmen, um noch reicher zu werden. Also eigentlich, was wir wirklich bräuchten als Hack, wäre, uns zu hacken, dass wir mal wirklich hingucken, was die wahren Probleme sind. Ja, das meinte ich damit. Also ich glaube, die Menschen haben eigentlich seit jeher dieselben Probleme. Und die kann man ja offensichtlich anscheinend nicht lösen. Also eigentlich, ich habe das Gefühl, Silicon Valley ist eigentlich nur am Symptome lindern überall, ohne das wirkliche Problem anzugehen. Und das wirkliche Problem sind ja dann auf so subjektiver Ebene einfach so Beziehungssachen und so. Also diese Sachen, da wird es ja nie irgendwie eine technische Lösung für geben. Oder Verteilung von Wohlstand und so. Also das ist ja einfach technisch nicht lösbar. Es ist ja durch Technik teilweise sogar befeuert. Also extrem befeuert sogar. Genau. Also ich, was ich an Don't Look Up einfach cool fand, war, dass der, also ich mag es immer, wenn Kunst im weitesten Sinne nicht nur eine Message hat, sondern auch einfach gut gemacht ist. Also es war einfach ein unterhaltsamer Film. So und die besten Comedians finde ich, es gibt ja gerade so, der Trend entwickelt sich gerade so ein bisschen in so eine Richtung, dass es eigentlich nur noch, es geht immer nur noch um Message und Agenda und irgendwie auf der richtigen Seite stehen und sowas. Und dabei wird völlig vergessen, witzig zu sein, beispielsweise im Comedy-Kontext. Und die besten Comedians sind halt die, wie die beides können. Also die irgendwie eine coole Message verpacken, äh, raushauen, aber du auf dem Weg dahin zwölfmal wirklich lachst. So und ein guter Film mit einer Message ist einer, der dich währenddessen auch krass unterhält. Und das fand ich an Don't Look Up sehr gut. Das ist ja interessant, weil das stimmt ja generell für die Kunstwelt. Also auch wenn man eine zeitgenössische Kunstausstellung ansehen geht, dann ist ja oft die Message unglaublich wichtig. Ja, ja. Und gar nicht mehr das ästhetische Vergnügen. Wir sind ja auch ästhetische Wesen, das heisst, wir wollen auch sinnlich angesprochen werden oder eben lachen. Ja. Ja, und ich finde, ich finde halt der blosse Inhalt rechtfertigt die Form nicht. Also gebt euch trotzdem Mühe irgendwie. Nein, wirklich. Es gibt ganz viele Leute, gerade in meiner Branche, die gerade wirklich nur noch auf Message gehen. Und ich denke so, also was willst du gerade? Willst du Applaus oder willst du Lacher? Wenn du Applaus willst, dann ist es okay, aber du machst einen TED-Talk, dann bist du kein Comedian. Und das finde ich irgendwie, also mich langweilt. Langweilt das total. Sprechen wir über sie. Über sie wird ja ganz oft erzählt, dass sie so eine Tellerwäscher-Karriere hingelegt haben. Und ich muss zugeben, ich habe mit diesem Bild ein bisschen Probleme. Und zwar deswegen, weil ich immer denke, was ist das eigentlich für ein Bild? Es ist nämlich das Bild, diejenigen von oben gucken nach unten. Es gibt schon diese Trennung sozusagen. und es ist völlig klar, wer unten ist, der hat auch unten anzufangen, nämlich beim schmutzigen Geschirr. Eigentlich ist es ein hässliches Bild. Ja, also ich glaube, den schlimmsten Artikel über mich hat mal die, äh, eine sehr renommierte deutsche Zeitung geschrieben, nämlich die Fatz, schöne Grüße. Das war genau diese Perspektive, da war der Titel nämlich nämlich der Millionär aus dem Ghetto. Und das ist so ziemlich die, also ich glaube, das ist so eine Tonalität. Unabhängig davon habe ich wirklich früher Teller gewaschen, weil ich viel in der Gastronomie gearbeitet habe. Und, ähm, also das macht es nicht weniger wahr, auch wenn die Perspektive, aus der das erzählt wird, vielleicht oft irgendwie eine von oben ist. Aber sehr oft, das kommt in jedem Artikel, wird erzählt, wo Sie gross geworden sind. Also Gropiusstadt, Neukölln im Süden Berlins, da sind Sie aufgewachsen. Ein Ort, für den Ihnen das nicht kennen, der vor allem ab den 1970er-Jahren zum sozialen Brennpunkt geworden ist. Wie wichtig ist das für Sie persönlich, für Ihre Biografie, wenn Sie Ihre Biografie erzählen? Also ich komme aus Rudow in Neukölln. Und, ähm, das ist eine komische Gegend, weil man da auf der einen Seite irgendwie den sozialen Wohnungsprozess Bau hat und direkt dicht an dicht so Einfamilienhaus-Siedlungen. Das war irgendwie ein komischer, komischer Clash. Ähm, ja, wie wichtig ist das für mich? Also ich bin auf jeden Fall, äh, ja, ich mag das Wort patriotisch nicht, aber ich bin, bin ein stolzer Berliner so. Aus Berlin sein ist auf jeden Fall Teil meiner Identität. Aus Neukölln sein ist auch Teil meiner Identität. Ähm, und offensichtlich habe mich das Thema beschäftigt. Ich meine, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben und so. Ich hatte auch viele Jokes früher darüber und habe auch immer mal wieder Referenzen auf die Zeit. Also es ist auf jeden Fall was, was mich geprägt und geformt hat. Ich denke mir nur manchmal, ähm, also wir wissen es ja jetzt. Also ich habe das Gefühl, diese Geschichte wurde wirklich erzählt, langsam. Also man muss nicht immer wieder, immer wieder da reingehen. Aber die Leute interessiert es halt. Es ist halt genau diese Tellerwäscher-Story, die die Leute halt, äh, fasziniert und, ähm, ja, es ist halt so ein bisschen diese, äh, diese, 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 diese Rags-to-riches-Geschichte, die die Leute, also die Leute mögen ja einfach gute Storys. Und mein Leben ist von aussen betrachtet wahrscheinlich einfach eine gute Story. Und sie sprechen ja auch oft über Klassismus. Und das ist ein Thema, was so ein bisschen neuer jetzt immer stärker diskutiert wird. Also die mangelnde soziale Mobilität, die Tatsache, dass es eine Diskriminierung gibt aufgrund von Herkunft, also nicht nur aufgrund von Rasse, Rassismus, aufgrund von Geschlecht, Sexismus, sondern eben auch den Klassismus. Und das ist ein Thema, das ihnen wichtig ist. Und das nimmt man ihnen natürlich ab, weil sie erzählen können, wie sie zum Beispiel auf dem Gymnasium Lehrmittel befreit war, wie das, glaube ich, heisst. Also das heisst, sie mussten die Bücher nicht selber bezahlen. Und die Lehrpersonen haben dann extra immer auch noch darauf hingewiesen. Eine klassische Erfahrung von Klassismus. Ja, also ich nenne es nicht Klassismus. Und ich will auch gar kein Mitleid in die Richtung oder irgendwie Verständnis dadurch für irgendwas. Ich finde einfach nur, also was mich nur immer erstaunt ist, also wir leben ja in einer sehr wachen, also woken Zeit, wo sich sehr viel mit verschiedensten Diskriminierungsmechanismen und Dimensionen auseinandergesetzt wird, sehr laut im Internet und dann einfach diese evident wichtige und größte und best erforschte Diskriminierungsdimension, nämlich soziale im Sinne von ökonomische Herkunft, einfach nicht Thema ist. Es ist mir wirklich unbegreiflich, warum das nicht in die Analyse mit aufgenommen wird. Also, und es geht gar nicht darum, irgendwie anderen Diskriminierungsdimensionen irgendwas wegzunehmen. Ich denke mir nur, aber das ist doch wirklich auch wichtig. Also es gibt ja nichts, was besser erforscht ist aus diesem Gebiet, als dass Armut sich reproduziert und Armut mit schlechter Bildung zusammenhängt und so weiter. Also nichts determiniert dein Leben mehr als deine soziale Herkunft. Und ich verstehe nicht, warum das einfach so wenig Thema ist. Da gibt es so gute Studienzahlen, Fakten drüber. Das ist mir wirklich unklar. Also Thema ist es ja zum Teil schon, zumindest in der Bildungslandschaft, aber interessant ist gerade auch mit Bezug auf die Schweiz, dass man immer sagt, man tut wahnsinnig viel, aber wenn man dann schaut, wie die Schweiz zum Beispiel jetzt dasteht im internationalen Vergleich, dann ist das nicht besonders rosig. Wir wissen zum Beispiel, dass man bei genau gleichem intellektuellen Vermögen, wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, eine ungefähr vier bis fünf Mal höhere Chance hat auf einen gymnasialen Abschluss, als wenn man aus einer Familie kommt von Nicht-Akademikern. Obwohl man genau gleich intelligent ist. Und solche Dinge sind natürlich stossend. Ja, ja. Ja, oder auch so einfach so erschütternde Zahlen, dass Leute, die irgendwie so aus, wie sagt man jetzt, prekären Verhältnissen kommen, einfach zehn Jahre weniger Lebenserwartung haben. so in Ländern wie Deutschland. Also das ist ja wirklich, das ist ja voll der Kopfweg eigentlich. Und ich meine, ich sage auch nicht, dass es nicht Thema ist. Ich finde nur, also ich nehme es auf jeden Fall in keiner Relation zu den anderen Themen, also zu den anderen Ismen wahr. In der öffentlichen Debatte so. Gerade was so diese ganzen Woke Kids und in Deutschland gibt es Funk und wie also diese, also da findet es nicht vergleichbar viel statt. Vielleicht könnte man sagen, es fehlt irgendwie die Lobby. Das ist ja interessant, weil Sie gesagt haben, wir sind eine Woke Gesellschaft. Es gibt natürlich eine sehr starke feministische Bewegung, es gibt eine starke antirassistische Bewegung, die verbünden sich auch an vielen Orten. Wobei es natürlich jetzt neuerdings global gesehen auch eine feministische Bewegung gibt, die genau versucht, zusammenzudenken. Rasse, Klasse und Sex, Gender. Das ist schon interessant. Genau, da geht es ja um diese Intersektionalitätsforschung, also intersektionellen Feminismus. Wobei, also ich glaube, ich glaube, man müsste Intersektionalität von der sozialen Herkunft aus denken und das dann mit anderen Diskriminierungsdimensionen kreuzen. Und also Feminismus, intersektional Feminismus, denkt ja quasi vom Geschlecht aus. Ähm, ja. So, aber... Vielleicht müssen wir es ganz kurz klären, ein Begriff, der vor allem von Bell Hooks geprägt wurde. Die Idee, dass man sozusagen doppelt- und dreifache Formen von Diskriminierungen erfährt, wenn man eben entsprechend nicht die richtige Hautfarbe hat, nicht aus der richtigen Klasse kommt oder eben nicht dem richtigen Geschlecht angehört. Ja, es ist das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungsdimensionen. Genau, ja. Und ich glaube, es ist ein englischer Begriff, also von Intersection, also von Kreuzung, also von Kreuzung verschiedener Diskriminierungsdimensionen. Und das finde ich auch ein einleuchtendes Konzept. Ich glaube aber, dass man, also ich glaube, dass man das von der sozialen Herkunft ausdenken sollte. Und dann von da aus quasi die Sachen. Und was vielleicht auch noch mit reinspielt, ist, wie ich ja schon gesagt habe, und was ja auch nicht meine Meinung ist, sondern auch einfach gut erforscht ist, dass Armut und Bildung sehr stark zusammenhängt. und diese Debatte auch, also diese Diskriminierungsdebatte auch sehr akademisch geführt wird. Und ich mir deshalb vorstellen könnte, dass da betroffene Leute aus den prekären Verhältnissen einfach inhaltlich gar nicht mit drin sind, weil sie sich gar nicht auf wissenschaftlicher Basis mit diesen Themen auseinandersetzen, weil die gar nicht erst da hinkommen. War das für Sie ein Grund, an die Uni zu gehen und zu sagen, ich studiere jetzt mal noch VWL und Politikwissenschaften, weil Sie da auch dieses Rüstzeug sozusagen für sich noch sicher arbeiten wollten? Nee, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so krass drüber nachgedacht. Ich habe, ich fand, also meine Bildungslaufbahn ist ziemlich messy und hatte tausende Umwege, aber irgendwann hatte ich mal Politikunterricht und fand den cool. Habe dann das Abitur nachgeholt, weil ich das dann gerne studieren wollte und ich habe das wirklich einfach aus Interesse studiert. Habe dann an der Uni ähnliche Erfahrungen gemacht wie das eine Jahr, wo ich auf dem Gymnasium war, also dass ich für die auch irgendwie immer nur so der Affenjunge aus Berlin war, also das Assi-Kind. Gab mal so eine geile Szene, da war irgendwie erst die Woche, also Erstsemesterwoche, dann Marburg, wo ich studiert habe, ist so eine kleine Unistadt, das ist ein riesiges Thema, die ganze Stadt ist auf den Beinen, alle sind am Saufen, bla bla bla. Und dann war ich mit so einer Ersti-Gruppe unterwegs, standen wir irgendwie da draußen, haben Bier getrunken und dann kamen so andere Leute und haben so geraten, was wir jetzt studieren und da haben die wirklich auf einen nach dem anderen hier, was weiß ich was, Politik, Geschichte, Medizin, dann sagen die auf mich und sagen, gar nicht. Also so komische, so komische Situationen hatte ich irgendwie an der Uni ganz, ganz viel und da war ich dann mit zunehmender Semesterzahl erstaunt, weil wir zum Beispiel Kritik der Geschlechterverhältnisse waren Pflichtmodul im ersten Semester, das fand ich auch spannend, also erst habe ich mich natürlich erstmal so ein bisschen gegen gewehrt, weil ich halt einfach gar keine Ahnung von dem Thema hatte, so mit der Zeit fand ich es dann spannend und war auch froh, dass ich das gelernt habe und dann ging es noch viel um, dann gab es halt ein Modul nach dem anderen zu allen möglichen Diskriminierungsdimensionen, und dann dachte ich mir, okay, cool, jetzt kommt vielleicht noch soziale Herkunft und das war einfach nie Thema und das fand ich irgendwie irgendwie erschütternd. Das musste man sich dann so voll selber suchen. Und Sie bringen es dann aber auch auf die Bühne und es gibt im letzten Programm Hype, gibt es eine Stelle, wo ich so gedacht habe, das ist irgendwie der Moment, wo man Klassismus auch nochmal versteht, da geht es nämlich um Geld und es geht darum, dass es eigentlich so was, so eine schnöde Position ist zu sagen, ich mache mir nicht viel aus Geld und das muss man sich erst einmal leisten können und genau das thematisieren Sie, wir gucken es ganz kurz an. Ich habe zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben Geld. Ja, ich hatte nie Geld, jetzt habe ich Geld und Geld ist cool, alter. Kann ich empfehlen, ja, ich empfehle euch Geld. Was? Wie spät es ist? Also laut meiner voll goldenen 42.000 Euro Rolex kurz nach bei mir läuft. Danke der Nachfrage. Neulich kam nach der Show jemand zu mir und meinte so, Felix, die Show fand ich gut, aber deine Uhr hat mich die ganze Zeit geblendet. Und mir dachte, dicker weiß ich, wie man so was nennt. Luxusprobleme. Kennt ihr den Spruch more money, more problems? Stimmt nicht, es ist eine Lüge. So, die Schere zwischen Arm und Reich ist auch nur auf der eigenen Klinge scheiße, also. Oh, Felix, das ist ja total ungerecht. Entschuldigung, ich spreche leider wirklich kein Amisch. Sie sprechen kein Amisch? Ja, doch. Doch? Ja, klar. Ich würde mich auch immer, auch mit mehr Geld, immer, immer zu den Leuten dazuzählen, als zu irgendwelchen Rich Kids. Aber was bewahrt Sie denn davor, nicht selbst zum Klassisten zu werden? Weil Sie haben jetzt all das, Sie fahren Mercedes, Sie tragen teure Markenklamotten, Sie können sich eine Rolex leisten. Kann man nicht plötzlich auf der anderen Seite stehen und nicht mehr zurückfinden? Kann man garantiert, ich glaube, es passiert auch vielen. Ich habe einfach, also, es ändert nichts an meiner Herkunft und an meiner Familiengeschichte und an meinen Freunden, wie viel Geld ich verdiene momentan. So, ich lebe einfach mehr oder weniger dasselbe Leben mit denselben Leuten und sowas, dieses hält einen am Boden, finde ich immer eine ziemlich arrogante Formulierung, aber, also, das sorgt einfach dafür, dass ich eben nicht upspace, so, ich mache keine Promischeiße, so, ich hänge nicht auf irgendwelchen Galashows rum, ich hänge nicht mit irgendwelchen Rich Kids rum, so, ich koks nicht, ich mache die ganze Scheiße nicht, das interessiert mich alles nicht, ich habe dieselben Freunde wie immer, so, ich, mein Vater wohnt immer noch da, wo wir, wo wir aufgewachsen sind, also, meine Familie wohnt trotzdem alle irgendwie in, in Berlin, in normalen Wohnungen, meine Freunde haben alle normale Jobs, die haben nichts mit dem Showbusiness zu tun, so, ähm, ich wohne am Kotti in Kreuzberg, so, ich bin nicht irgendwo hingezogen, wo es vielleicht ein bisschen sauberer ist, also, ich, ich, äh, ich sorge dafür, dass ich am Boden bleibe, so. Und am Boden bleiben heisst auch eben, irgendwie mit dieser Geschichte in Kontakt zu bleiben und vielleicht noch einmal zu Ihrer Lebensgeschichte, Sonne und Beton, Sie haben auch schon gesagt, Sie haben ein Buch geschrieben, was zu tun hat, zumindest mit Ihrer Jugend, und man muss auch sagen, das ist ja immer gefährlich, von einer Geschichte auf den Autor zu schliessen, Kapitalfehler darf man nie machen und trotzdem ist es so, Sie selber schreiben im Buch, ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen, steht am Anfang des Buches, das heisst, wir gehen schon davon aus, den mochte ich. Wie bitte? Das ist ein cooler Satz, oder? Ziemlich cooler Satz, genau, aber man macht natürlich dann diesen Rückschluss und fragt sich, war das der Sound Ihrer Jugend? Weil da geht es ja nicht nur um Armut oder soziale Sekretation, sondern es geht natürlich auch um Gewalt, es geht um sehr viel Alkohol, es geht um wirklich Kinder oder Jugendliche, die in sehr prekären Verhältnissen aufwachsen. Ja klar, es ist inspired by true stories, so es ist nicht meine Story, manche Sachen aus dem Buch habe ich eins zu eins so erlebt, manche Sachen haben meine Freunde erlebt, manche Sachen waren so Urban Legends, so hier, er hat den abgestochen, also so diese Geschichten einfach und das halt komprimiert und verdichtet in einem Buch und ja, das war irgendwie so eine coole Möglichkeit, meine Jugend Revue passieren zu lassen oder eine Phase in meiner Jugend Revue passieren zu lassen und ich hätte das auch, glaube ich, nicht früher schreiben können, als ich es geschrieben habe, also ich habe, als ich es geschrieben habe, 2017 ist es erschienen, 2017 ist es erschienen, ich glaube, 2015 habe ich angefangen, es zu schreiben, sprich, da war ich, mit Weiken da, kann man nicht rechnen, ja, irgendwie 26 oder so, die Hauptdarsteller in dem Buch sind 14, 15, 16 und ich glaube, diese zeitliche Distanz hat es auch gebraucht, um das irgendwie, und auch, wie sich mein Leben dann verändert hat. Als ich es geschrieben habe, habe ich schon in Marburg irgendwie Politikwissenschaften studiert, grösstenteils und erst mit diesem Abstand konnte ich diese Sachen wirklich so Revue passieren lassen und selber wie von aussen sehen. Interessant finde ich auch immer wieder das Thema Muskeln und Sport und es gibt auch, also ich meine, das ist ja bekannt von Ihnen, dass so das Pumpen, Muskelaufbau etwas ist, was Sie auch immer wieder interessiert hat. Sie haben nochmal gesagt, Sport ist eine gute Lebensschule, unter anderem deswegen, weil da einfach zählt, wer wie viel Gewichte hochkriegt und das kann man nicht delegieren, da kann man nicht einen kaufen dafür, das für einen macht, sondern da geht es um dich selbst. Du musst dich anstrengen. Genau, also nicht, wer viel Gewichte hochkriegt in Relation zu jemand anderes, sondern, also ich habe irgendwann gelernt, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, das können mittlerweile auch ein Wandtattoo sein, aber also Vergleiche, um selber an irgendwas besser zu wenden, um in irgendwas zu wachsen, macht eigentlich nur Sinn mit sich selber. Also es macht eigentlich nur Sinn, sich mit sich selber zu vergleichen von vor einer Woche, vor einem Jahr, vor einem weiß ich was und beim Sport ist es auch so, glaube ich. Man ist sein eigener Gegner und wenn du dich nicht anstrengst und dich da unter die Gewichte legst, dann passiert nichts. Also du kannst diese Aufgabe nicht delegieren und ich glaube, so ist es bei allen Sachen im Leben, wo man in irgendeiner Form wächst und weiterkommen will, am Ende muss man das selber machen. Man kann sich nicht darauf verlassen, also Leute, die irgendwie aus guten Verhältnissen kommen, können sich darauf verlassen, aber Leute, die nicht aus guten Verhältnissen kommen, nicht. Die müssen irgendwie selber anpacken und können Verantwortung nicht delegieren. Ich finde es sowieso immer sehr unsexy, jetzt ohne, also geschlechtsunabhängig, wenn Leute irgendwie so ihr eigenes Leben immer in so andere Hände geben. Also ich denke mir so, man muss selber irgendwie die Sachen angehen, die einen stören. Und das ist ja genau die These im Klassismus, dass einem das stört, dass sozusagen die Herkunft entscheidet und nicht die Leistung. Also genau das würde man sich ja wünschen, dass derjenige, der sich bemüht, eine Chance kriegt, und zwar die gleiche Chance wie derjenige, der halt anders aufgewachsen ist. Und im Sport denkt man genau das. Das ist ja glaube ich die Dimension, die alle Ismen quasi gemeinsam haben. Dass einem irgendwas in den Weg gelegt wird, was man selber nicht beeinflussen konnte, dass eben nicht die Leistung zählt. Und das ist ja auch im Fussball immer wieder das Entscheidende oder das Grossartige, dass man Menschen hat, die grossartige Fussballer werden. Das war ja die Sage sozusagen und Maradona, die grossen Fussballer, von denen man immer gedacht hat, ja, die kommen von irgendwoher und schaffen es halt aufgrund ihres Talents und der Leistungsbereitschaft. Wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Berlin, was Sie hier skizzieren, dann fällt ja auf, es gibt auch ein ganz anderes Berlin. Wer heute als Tourist nach Berlin geht, der geht auch in die hippen Kiez, in denen man irgendwie schön Kaffee trinken kann, irgendwelche Öko-Kleider shoppen. Und man hat ein anderes Bild von Berlin. Und wenn man ein Gefühl dafür kriegen will, dann, glaube ich, lohnt es sich, von Sophie Passmann komplett Gänsehaut zu lesen. Sie war auch bei uns hier zu Gast. Und ich glaube, sie zeigt in diesem Buch anhand einer Pizza ganz gut, wie die Leute eigentlich sich ihr Image oder ihre Identität aufpimpen, indem sie eben nicht die klassische Pizza essen, sondern die Pizza mit den gewissen Extras. Hören wir ihr ganz kurz zu. In der Pizza bricht sich für die Erzählerin aber da muss ich auch ehrlich sagen, auch für mich so eine Art sehr bürgerlich, lifestyliger Klassenhass, weil man dann sagt, Pizza muss so sein. Also das Allerneueste in den hippen Stadtteilen von Berlin ist übrigens Sauerteigpizza, die natürlich auch nochmal drei Euro mehr kostet, dass man da Zutaten draufballert, die definitiv so ein Distinktionsmerkmal sind, dass man einen gewissen Preis erreichen muss für diese Pizza, damit man auch eine gewisse Klasse oder eine gewisse Schicht gar nicht mehr damit erreichen kann. Unabhängig davon, dass die Stadtteile in großen Städten ohnehin nicht mehr so durchmischt sind in der Regel, dass man jetzt eine Pizzeria für Ober- und Mittelschicht haben würde, aber indem ich auf eine Pizza ein ehemaliges Arme-Leute-Essen, wie dann in diesem Buch auch erklärt wird, mit Pinienkernen und irgendwie gepickelt rote Beete und einem Fjordi Latte beschmeiße, sorge ich natürlich dafür, dass die 14 Euro kosten muss, was wahrscheinlich auch für Schweizer Verhältnisse ein Witz ist, aber in Deutschland ist es teuer und da geht es darum, auch das ist zugespitzt beschrieben, aber da bin ich schon fest davon überzeugt, dass es bei den kleinsten Dingen in diesem großstädtischen, linksliberalen, bürgerlichen Milieu darum geht, sich abzugrenzen zu armen Leuten. Ob man jetzt ein Pizza essen geht oder Schuhe kauft oder in die Kneipe geht, es geht immer darum zu zeigen, wer bin ich und vor allem wer bin ich nicht. Dieses Zeigen, wer bin ich nicht, ist das etwas, was sich auch nervt an anderen Leuten? Also erstmal finde ich es witzig, dass Sophie Passmann das erzählt. Wir kennen uns auch schon lange, aber die gehört ja da voll dazu. Schöne Grüße trotzdem. Weiß ich nicht. Ich habe mit diesem ich habe mit dieser Hipster-Kacke nichts zu tun. Sie essen die normale Pizza, nicht die mit gepickelt rotem Pizza. Ich esse auch gerne leckeres Essen, so ist es nicht. Aber ich meine, jetzt bin ich seit zwei Monaten gerade mal kein Fleischessen, aber mein Lieblingsessen war jetzt trotzdem immer Döner gewesen. Aber Sie grenzen sich ja auch da. Was mich wirklich nervt, und das ist ja quasi ein Symptom davon, ist halt dieses klassische Thema Gentrifizierung, sodass irgendwelche Akademiker-Kids von sonst wo irgendwie nach Berlin kommen, dann gehen sie noch in irgendein Problembezirk wie Neukölln, weil da die Mieten noch billig sind, dann wird es da alles teurer. Dann glauben die wiederum, ach Neukölln ist ja total nett, erzählen. Also wenn die so, also ich finde halt, es gibt Gegenden in Neukölln, die waren in meiner Jugend No-Go-Areas für Deutsche, blöd gesagt. Oder also nicht langlaufen, wenn es nicht sein musste, als Blonder so. Und das sind jetzt total hippe Gegenden, so um den Hermannplatz rum, oder Sonnenallee, also Teile von der Sonnenallee, Teile von der Hermannstraße, so diese, das waren früher teilweise No-Go-Areas und jetzt ist es da irgendwie ein bisschen hip und ein bisschen cool und es ist ja auch schön so, solange die Leute, die da ursprünglich gewohnt haben, dann auch irgendwie sich das leisten können, wohnen zu können. Aber wenn dann Leute irgendwie da hinziehen oder ihre Freunde, die da wohnen, besuchen, ihre Hipsterfreunde und dann da irgendwie nett in der Weserstraße einen Kaffee trinken und abends irgendwo in irgendeiner Kneipe irgendein Draftbier trinken oder was, oder Craftbier und dann aber so in die Welt posauen, ja Neukölln ist ja gar nicht irgendwie so schlimm und so den Leuten, die halt von da kommen, die in der Scheisse da wohnen oder die da in der Scheisse aufgewachsen sind, so ihre, ihre, ihre Wahrheiten so wegnehmen wollen, das finde ich fürchterlich. Also das ist, das ist, das ist ganz, 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 ganz unangenehm so. Und das eine ist sozusagen dieses Gentrifizieren, also aus einem, aus einem Quartier plötzlich so hippe Läden machen und plötzlich wird da alles sehr teuer. Das andere ist ja auch das Romantisieren der Arbeiterklasse, der Arbeiterviertel. Das ist auch so etwas, was der französische Schriftsteller Édouard Louis immer wieder betont hat und der immer wieder sagt, passt auf, wir dürfen nicht die Arbeiterklasse mystifizieren und romantisieren und ihnen damit eigentlich ihre Stimmen wegnehmen. Das ist ja das, was da passiert. total, die haben so ein romantisiertes, so eine romantisierte, also Mann ey, das ist so dieses typische, irgendwelche, irgendwelche Akademiker-Kids, die an der Uni gehen, ihr WG-Zimmer bezahlt bekommen und dann irgendwie so einen auf, ja ich bin eine arme Studentin, also diese Kacke, das ist, das ist, das ist alles, das ist alles, das ist alles Blödsinn so. Was ich gerade noch sage, was ich noch eine interessante Facette an diesem ganzen Ding finde, an diesem Lifestyle in Problembezirke ziehen, weil da gibt es so geiles Falafel und alles so international und ich bin so weltoffen, dass mich das auch gar nicht stört, dass hier so viele Araber sind und so, aber sie glauben ja nicht ernsthaft, dass irgendeiner von diesen Deutschen sein Kind da auf die Schule schickt. Also sie glauben ja nicht ernsthaft, dass irgendwelche zugezogenen Annemaries und Fabians irgendwie ihr Kind da auf die Schule schicken. so zu, auf irgendeine Schule mit 90% Ausländeranteil, aber garantiert nicht. Das ist halt auch so was Typisches, oder man findet sozusagen Durchmischung genau so lange interessant, wie sie mich nicht in meinem Luxus irgendwie tangiert. Das ist sozusagen der Vorwurf. Ja, genau. Also, ja. Ich würde Sie gerne auf etwas Persönliches ansprechen, nämlich auf diesen Arm da, respektive auf das Tattoo. Ach so, da gibt es nichts Spannendes so zu sagen. 44, doch, das interessiert mich aber, weil das ja, der Titel der Platte ist von Jay-Z und das ist ja auch interessant, so dieses Rap, ähm, Rap-Idol, vielleicht auch Rap als Identität, Kette tragen, gewisse Sprüche machen, gewisse Formen von Männlichkeit, toxische Männlichkeit, die da oft in Verbindung gebracht wird. Aber gerade Jay-Z, der das ja aufgebrochen hat, gerade auf dieser Platte, der auch zeigt, wie er diese toxische Männlichkeit brechen will. Ist das der Grund? Darf ich das wissen? Na, schön wär's, aber, nee, also, ich bin tatsächlich, also, ich find, Jay-Z hat coole Musik gemacht, und das Album, vor allem das Lied fand ich auch cool, ich mochte primär das Artwork, ehrlich gesagt, und weil hier die 44 ist irgendwie die Bezirksnummer von Neukölln auch zufällig, das war eigentlich mehr, mehr so ein, so ein Gaga. Äh, ja, Aber es ist schon ein Thema für Sie, oder, diese Frage der Männlichkeit, weil das spielt immer wieder eine Rolle, auch in dem Gemischtes Hack-Podcast, und Sie haben vorhin gesagt, Geschlechterverhältnisse im Studium hat Sie auch total interessiert, am Anfang überhaupt kein Thema, dann irgendwie interessiert, und das ist ja auch klar, wenn man sich überlegt, wie Sie hier Männerbilder schildern, und was Sie heute erzählen, wie sehr Sie sich auch engagieren für Gleichstellung, dann ist das schon etwas, was aufeinanderprallt. Ja, also, ich bin mit sehr ambivalenten, oder ambivalent, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber mit sehr gegensätzlichen Männlichkeitsbildern aufgewachsen, weil draußen war es halt einfach diese Neukölln-Macho-Scheiße so, aber für mich, dadurch, also meine Mutter ist ja sehr früh gestorben, mein Vater hat uns drei Kinder alleine großgezogen, äh, großgezogen, und war deshalb auch nicht arbeitend, sondern war Hausmann, also für mich war ein Hausmann trotzdem das Normalste der Welt, dass ein Mann den Haushalt macht, so, und die Person, die noch am ehesten meine weibliche Bezugsperson in meinem Leben war, ist eine meiner Tanten, die heißt Manuela, und die hat immer handwerklich gearbeitet, so, also, ich bin mit, also mit, mit so ganz, diese, diese Rollenbilderfrage, so, ich sehe, dass es ein Thema ist, und habe in der Uni dann auch noch mal so ein bisschen sensibilisiert worden auf das Thema, aber aus meinem eigenen Lebenslauf kann ich das gar nicht berichten, so, ich habe halt dieses extrem Neuköllnige, Machomäßige, aber zu Hause halt dieses, äh, Mann, der Hausmann ist, und die Frau, die am ehesten Bezugsperson als Handwerkerin war, so, also ... Ich glaube, das macht sie auch so interessant, weil ich nämlich denke, wir leben ja in einer Zeit dieser Identitätspolitik, wo wir sehr stark diese Identitäten haben, man ist halt in dieser Schublade oder in dieser Schublade, und das zeigt man auch mit dem entsprechenden Accessoire, dem Kleidungsstil, welchen Kaffee, Lato, Macchiato, bla 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 man trinkt, und so weiter. Sie sind eigentlich eine durch und durch ambivalente Persönlichkeit, oder so geht es mir immer, wenn ich ihre Sachen höre, anschaue, ihre, ihre Comedy, eben auf der einen Seite Goldkette und Rolex-Uhr, auf der anderen Seite weiss man von ihnen, sie spenden sehr viel, sie engagieren sich sozial, dann diese Männlichkeitsbilder hier drin, gleichzeitig Gleichstellungspolitik, also sie passen eigentlich nirgendwo hin, sagen sie auch von sich selber, sie haben nie irgendwo reingepasst. Ja. Ja, ich bin trotzdem immer wieder verblüfft, wie schwer das Menschen fällt, diese vermeintlichen Widersprüche, also es sind immer nur vermeintliche Widersprüche, finde ich, diese vermeintlichen Widersprüche irgendwie zusammenzukriegen und warum diese, tolles Wort, was ich gelernt habe, Ambiguitätstoleranz so schwer ist für Leute, also jeder Mensch lebt doch seine Widersprüche und eine komplett widerspruchsfreie Person ist ja das Langweiligste, was man sich vorstellen kann und trotzdem ist es immer sehr, sehr schwer für Leute irgendwie, also ich habe dann irgendwann für mich selber so festgestellt, okay, ich bin irgendwie ein Assi aus Berlin, aber ich habe trotzdem studiert, so und das ist okay und ich probiere auch nicht irgendwie, also ich hatte mal eine Zeit, so da wollte ich dieses ganze Berlin und Pumpen und Neukölln so ein bisschen so weghalten aus meiner Vita, dachte mir so, ah, jetzt bin ich irgendwie der coole Student, so, mach mir irgendwie Ohrringe und lass mir die Haare wachsen, aber es hat auch nichts geändert, ich war dann trotzdem da irgendwie, wie gesagt, der Assi-Junge so und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja okay, ich kann das auch alles einfach authentisch irgendwie zusammenbringen und und der Erfolg gibt Ihnen ja recht, ich glaube, es sind gerade das, was Sie gesagt haben, eigentlich Ambiguität, das macht eigentlich Personen auch interessant, da haben wir vielleicht auch wirklich etwas ein bisschen verloren in unserer heutigen Zeit. Er ist aber komisch, also ich verstehe nicht, weil vielleicht hat es auch was mit Social Media zu tun oder so ein Bedürfnis nach Eindeutigkeit in so einer verwirrenden Zeit, ich weiß es nicht. Vielleicht oder Klassismus, also auch sich abgrenzen gegen andere, gegen oben, gegen unten, was ja auch hilft, Identität zu schärfen, vielleicht ist es ein Zeichen von Verunsicherung, diese Ambiguität eben nicht auszuhalten. Ich glaube, ganz viele Leute finden sich selber auch einfach total langweilig und verrennen sich dann einfach in so irgendeine Ideologie, welche auch immer. Also ich glaube, viele Leute sind einfach gelangweilt von sich selber und ihrer Normalheit. Finden Sie sich denn interessant? Ich selber finde mich nicht interessant, weil ich war ja dabei. Ich war ja immer dabei. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute, die halt einfach so ganz straight aufgewachsen sind, irgendwie Kleinstadt, beide Eltern, beide Eltern arbeiten, verdienen vielleicht in Ordnung, Haus, Garten, Abi auf dem ersten Bildungsweg, studiert, so mit 17, 18 erst einmal gebumst, diese einfach so normales Leben, wo es einfach nie Probleme gab, so wirklich, da kann ich das schon verstehen, dass Leute dann mein Leben interessant finden. Oder, ich meine, ohne das jetzt in irgendeiner Form vergleichen zu wollen, aber, ich meine, die Leute, die Gangster-Rap damals groß gemacht haben, das waren weiße Mittelschichtskids, die dann auf einmal NWA gepumpt haben, oder also, die dann einfach so, für die war es halt wie so ein Film, einfach so interessant, was Interessantes, so in Relation zu ihrem eigenen relativ unspektakulären, aber dafür auch problemarmen, konfliktfreien Leben. Und da sind wir vielleicht jetzt wirklich bei der Comedy, weil Sie ganz am Anfang ja gesagt haben, bessere Comedy oder bessere Comedy zu machen, würde für Sie bedeuten, immer stärker oder immer echter an diesen Felix Lobrecht heranzukommen, auf der Bühne, in der Comedy, der Felix Lobrecht, den Sie auch sind. Und vielleicht sprechen wir wirklich mal noch ein bisschen über diese Comedy. Es gab in diesem New York Times-Artikel, gab es diese Headline, dass es geheissen hat, Sie seien ein smarter Misanthrop, also eigentlich ein Menschenverachter. Na ja. Finden Sie das? Eigentlich, also ich hatte auch mal so diese Phase, wo ich es irgendwie so, ich hasse Menschen, wo ich das so cool fand, so das einfach so zu claimen. Und man kann auch oft irgendwie an der, an Menschen verzweifeln, gerade wenn man irgendwie durchs Internet scrollt und so. Aber, nee, ich bin kein Misanthrop. Ich, ich mag Menschen, so, ich, mich berührt es immer, so komisch es jetzt klingt, wenn man oft, wenn ich so auf der Straße einfach so Sachen beobachte, wo so fremde Menschen nett zueinander sind. Das finde ich immer total, finde ich immer total schön zu sehen. So, wie einfach irgendeine, was weiß ich was, irgendeine Frau, irgendeine alte Frau hat irgendwas Schwere zu tragen und dann kommt einfach so ein junger Typ, der aussieht, als würde er Mehmet heißen, von dem alle denken würden, der, der beklaut die jetzt und hilft dir einfach so. Also, so eine Sachen, die finde ich irgendwie, die, 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 ich mag das einfach, wenn so fremde Menschen nett zueinander sind. Und ich gebe mir auch irgendwie Mühe, im Rahmen meiner Möglichkeiten so nett zu Leuten zu sein. Diesen Eindruck habe ich nämlich auch. Und das finde ich interessant. Es gibt ein Gadget, was man sich bestellen kann. Hier ein kleines Feuerzeug, Felix Lobrecht, da steht drauf, bin ich nicht der Typ für? Und ich denke eigentlich, Felix Lobrecht ist voll der Typ für. Der ist eigentlich der Typ für sehr vieles. Also, wenn man guckt, worüber sie sprechen, im Podcast, aber auch in der Comedy, ich habe das Gefühl, eigentlich interessiert sie so ziemlich alles und sie sind auch ziemlich aufgeschlossen. Misanthropisch finde ich jetzt ziemlich überraschend. Ja, ich habe es ja nicht geschrieben. Und wenn Sie es auf eine Formel bringen müssten, wofür sind Sie voll der Typ? Das weiss ich nicht. Aber ich kann nur sagen, was ich, äh, äh, wie, 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 es gibt auch so intentionale und extensionale Definitionen. Also, äh, was es nicht ist, kann ich, gefällt mir vielleicht dazu sagen. Und, äh, das ist auch das, was ich an anderen Leuten einfach immer scheiße finde. Mhm. Geschlechtsunabhängig, unabhängig von allem. Also, ich finde es immer scheiße, wenn Leute viel jammern, wenn Leute ihre Sachen nicht selber, also ihre Probleme nicht selber angehen, irgendwie Verantwortung delegieren und wenn Leute humorlos sind. Also, so Unselbstständigkeit, Humorlosigkeit und Jammern, das finde ich, finde ich extrem abtörn. Und ich achte darauf, dass ich nicht so bin. Mhm. So. Bei der Comedy geht es ja ganz stark darum, immer wieder auch Tabus zu brechen. Das ist eigentlich der Witz des Witzes ein Stück weit. Mhm. Und es gibt ja viele Witze oder, oder Passagen Ihrer Comedy, die rütteln ganz kräftig an Tabus. Also, beispielsweise machen sie sich lustig über Behindertenparkplätze. Gibt es auch Grenzen, wo Sie sagen, diese Tabus, die lasse ich tabu sein, diese Witze sind tabu für mich? Also es gibt jetzt nicht irgendwie das eine Thema, wo ich sage, darüber würde ich keine Witze machen. Mhm. Ich probiere schon irgendwie auszuloten. Also oft ist, ist ja, also oft habe ich einen guten Joke zu einer aktuellen Tragödie. Und denke mir so, noch nicht. Also, da achte ich dann schon drauf. So, weil irgendwie eine Sache kann in einem Jahr lustig sein, ist aber jetzt irgendwie vielleicht auch ein sehr guter Joke, aber einfach so gemein oder dann ist es noch alles zu, also auf sowas achte ich. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie das eine Thema, wo ich sage, da will ich nicht ran. Und ich glaube, man kann auch, also wenn man, ohne jetzt zu sagen, dass ich das alles schon perfekt kann, und das war ja auch, das, was ich vorhin meinte, mit besser werden, aber mit einem guten Wording und einer richtigen Attitude auf der Bühne und so einem Feingefühl und irgendwie mit einem Klarmachen der Perspektive, aus der man einen Joke macht, eigentlich über, also safe, über alles Witze machen, ohne dass es wirklich verletzend ist für die Leute. Also, wenn man sich dieses Behindertenparkplatz-Bild anguckt, was ja auch in dem Netflix-Special ist, wo wir gerade den Ausschnitt rausgesehen haben, also, natürlich ist es irgendwie, kommt es irgendwie hart und edgy daher, aber letzten Endes mache ich da Witze über ignorante Leute wie mich, die sich über einen Behindertenparkplatz aufregen, nur weil sie mit ihrem teuren Drecksauto gerade deshalb nicht parken können. Also, es kommt immer auch auf die Perspektive an, aus der man Jokes macht, glaube ich. Ich finde das sowieso total interessant. Ich meine, eigentlich ist es ja entlarvend fürs Publikum, worüber man lacht. Total. Also, gerade weil der Tabubruch als Witz funktioniert ja nur, wenn die Leute das für sich als Tabu empfinden. Und Tabu heisst ja, dass man Dinge verdrängen muss. Also, all die Leute, die in dem Moment lachen, die explodieren sozusagen, das, was sie vorhin runtergedrückt haben, das ist ja die Humortheorie bei Sigmund Freud, also dieses Aufwandersparnis. Wir lachen, damit wir nicht unseren Neid, unsere Eifersucht, unsere Eitelkeit weiter unten drücken, nach unten drücken müssen. Deswegen lachen wir. Das heisst, wenn die Leute lachen, dann ist es genau ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich diese Gefühle haben, dass sie nämlich eigentlich gerne... Ja, oder dass sie sich erkennen in diesen Sachen. Genau. Und ich finde Humor und Lachen ist einfach das beste Mittel zur emotionalen Verarbeitung von allem Möglichen. Also, ich glaube, nichts ist besser dafür geeignet, um mit schlimmen Sachen auch umzugehen, als Humor. So, und, ja, ich finde, mir ist auch Kunst im weiteren Sinne lieber, die vielleicht mal übers Ziel hinausschießt, als so eine Kunst, die es gar nicht erst probiert, die gar nicht erst losläuft, sondern immer schön so in so, da können sich alle drauf einigen, da stösst sich keine Kätzchen, irgendwie die Pfote dran. Das ist ja total langweilig. Also, dann lieber mal irgendwie einen Shitstorm in Kauf nehmen oder mal übers Ziel hinausschießen, aber, dass man so ein bisschen Vorrang kommt hier mit dem Laden hier. Aber Sie selber haben noch nie einen Shitstorm gekriegt, oder? Ja, doch, natürlich. Aber nicht viel, also so gecancelt oder sowas wurden Sie auch noch nie, habe ich den Eindruck. Ja, das ist ja eh noch mal ein ganz anderes Thema. Also, ich hatte viele Shitstorms und ich habe irgendwann aufgehört, ich habe irgendwann Twitter gelöscht und seitdem ist das Problem auch nicht mehr in meinem Leben. So, es gibt, aber es ist interessant, also in einem Moment hatte ich irgendwie einen riesen Shitstorm am Laufen wegen irgendwas und dann in diesen Situationen, die unangenehm sind, so, dann gehe ich einfach raus und dann merkt man im echten Leben, okay, ich wurde gerade zwölf nach einem Foto gefragt und alle sagen, hier, geil, ich gehöre, Gott, ein Podcast oder voll cool, lass mal, so, und da merkt man, es ist auch alles sehr viel einfach Internet, es ist auch nicht echt, aber trotzdem mussten wir auch mal zwei Wochen lang Shows unter, unter Polizeischutz spielen, weil es irgendwie so Anschlagsdrohungen auf eine komplette Tour von mir gab, von irgendwelchen Leuten so, also, das ist, das ist, das ist so beides, aber trotzdem, bevor man dann irgendwie diese Art Comedy in Anführungszeichen macht, über die ich vorhin gemeckert habe, nämlich die, die eigentlich nur noch Message und nur noch das sagen, was alle sowieso hören wollen ist, dann nehme ich lieber sowas in Kauf. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie mögen Kunst, die sich riskiert und überhaupt eben Humor auch als ein Risiko zu pflegen. Würden Sie auch sagen, Ironie oder Humor ist sowas wie eine Lebenshaltung? Finde ich schon, ja. Deshalb war es auch vorhin in meinem, was ich nicht cool finde, also was ich immer scheisse finde an Leuten, ist Humorlosigkeit. Das muss ganz schlimm sein, wenn man einfach nicht lacht, wenn man einfach so in allem immer die Schwere sieht und nicht vielleicht auch den lustigen Aspekt oder so. Also ich finde, das ist auf jeden Fall auf eine Art ein Lebenskonzept. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem davor. Also ich finde Provokationen, nur der Provokationenwillen auch langweilig. Also jetzt einfach nur irgendwie möglichst oft Fotze sagen, um irgendwie zu schocken, das finde ich auch langweilig. Es muss schon irgendwie ein Gedanke dahinter hängen, der irgendwie nachvollziehbar ist oder der smart ist oder einfach eine Sache, die in irgendeiner Form wahr ist, auch wenn sie nicht schön ist. Und der Joke muss gut sein. Also je härter das Thema, desto besser der Joke. Das ist so eine Comedy-Faust-Regel. Also das ist schon wichtig, dass dieses stumpfe Provozieren, das finde ich auch langweilig. Aber ja, ich glaube, eben weil Humor, wie ich gerade schon meinte, in meinen Augen ein sehr gutes Tool ist, um einfach alles Mögliche emotional zu verarbeiten, ist daraus abgeleitet Humor wahrscheinlich auch eine Art Lebenshaltung oder Philosophie oder was auch immer. Ich verstehe das sehr gut und das spricht mir auch sehr aus dem Herzen. So dieses Gefühl der ironischen Distanz, die einem hilft im Leben, auch sich selbst nicht so wahnsinnig tierisch ernst zu nehmen. Und zugleich finde ich immer, es ist auch eine hohe Kunst, das Leben trotzdem ernst zu nehmen und zwar gerade auch die Schattenseiten, weil wir am Anfang ja über diese Lifehacks auch gesprochen hatten und darüber, dass man immer alles gleich wegmachen will. Und ich finde, es geht auch darum, auszuhalten, dass Dinge schwierig sind. Wie finden wir da die Balance zwischen dieser ironischen Distanz, humorvoll und gleichzeitig ernst nehmen, was da abgeht? Weiss ich nicht. Ich auch nicht. Ich weiss es nicht. Mach es nicht. Das ist ja irgendwie auch kein bewusster Prozess. Ich glaube halt, nur weil Sachen nicht schön sind, sind sie dadurch nicht weniger wahr. Das ist einfach eine Sache, die man irgendwie so im Kopf behalten muss irgendwie. Und ja, also wie gesagt, Comedy ist einfach ein cooles Tool oder Humor ist ein cooles Tool, manchmal Sachen so aufs Wesentliche runter zu kochen und dann ist es irgendwie meistens, ich hatte mal irgendwie so den, ihr habt ja auch manchmal Gedankenexperimente, dass man eigentlich, egal wo man anfängt zu denken, wenn man das einfach so konsequent weiterdenkt, kommt man irgendwann immer an den Punkt, der ist ja irgendwie albern. Also wissen Sie, was ich meine? Die Essenz ist ja, irgendwie ist ja alles albern. Die Relativierung zuletzt. Ja, genau. Das ist dann Zynismus, oder? Ja, Zynismus hat ja noch so was, ja, es hat ja so was Bösartiges noch so ein bisschen. Also so was Lebensverneinendes. Ich glaube, man kann auch Lebensbejahend zu dem Punkt kommen, ist doch albern, so im Sinne von, also so schlimm ist es nicht, wenn man mal rauszoomt. Vielleicht ganz zum Schluss, Sie beenden ja Ihr letztes Comedyprogramm Hype, damit, dass Sie sagen, dass Sie eigentlich zum ersten Mal im Leben Verlustängste haben, weil Sie denken, es gibt so unglaublich viel zu verlieren. Es gibt überhaupt irgendwas zu verlieren. Also ich glaube, der Satz ist, ich habe das erste Mal in meinem Leben Verlustängste, weil ich das erste Mal in meinem Leben was zu verlieren habe. Und was ist das? Einfach den Job, den ich gerade mache und die Möglichkeiten, die er mir bietet. Das wäre jetzt so meine größte Verlustangst. Das ist nicht so sehr was Ökonomisches, weil ich bin auch 27 Jahre ohne Geld klargekommen und ich verdiene mein eigenes Geld, seit ich 16 bin. Ich weiß, wenn ich jetzt kein Geld mehr hätte, würde ich schon wieder irgendwie klarkommen. Das ist nicht das Ding. Aber einfach so dieses, ich mag mein Leben und meinen Job, dass ich machen kann, was ich will, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, dass mein Bruder fest bei mir arbeitet, dass ich Mitarbeiterinnen habe, die irgendwie fest bei mir arbeiten können, dass ich eine Crew habe, die davon leben können, dass ich meinem Vater monatlich Geld geben kann, dass wenn irgendwo irgendwas anbrennt in meinem näheren Umkreis, dass ich dann aushelfen kann. Also diese Sachen geben mir viel und machen mir Spaß. Und das zu verlieren davor habe ich mal mehr und mal weniger Angst. Als ich die Jokes damals geschrieben hatte, war es sehr akut, weil da das zweite Programm gerade neu rauskam und ich das Gefühl hatte, so jetzt gibt es hier das erste Mal so ein Spotlight auf mich, auch wenn es noch ein kleineres war als vielleicht heute. Aber es gibt jetzt irgendwie einen Druck und eine Erwartungshaltung und wenn man jetzt irgendwie nicht liefert, dann ist es vorbei. Und als ich die Jokes oder dieses Ende geschrieben habe, war es sehr echt und irgendwann habe ich es dann halt dringelassen, wenn es dann vielleicht auch manchmal nicht so akut war. Aber es ist wie so ein, ich habe es mal verglichen mit so einem, wie wenn irgendwie ein Musiker ein Liebeslied schreibt über seinen Liebeskummer und dann wird das Ding ein Hit, dann singt er das trotzdem noch, wenn er gerade irgendwie glücklich in einer neuen Beziehung ist und zwei Kinder hat. Ich hoffe auf jeden Fall, Sie können all das noch ganz lange behalten, was Sie haben und wir damit auch Sie. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Felix Lobrecht. Danke, Frau Bleisch. Und ich wollte noch mal sagen, Sternstunde Philosophie ist meine absolute Lieblingssendung. Ich habe fast jede Folge gesehen. Ja, und wir verlosen drei Exemplare der Graphic-Novel Sonne und Beton, soeben erschienen, natürlich signiert von Felix Lobrecht. Teilnehmer an der Verlosung können Sie auf meinem Instagram-Account oder auf der Sendungsseite der Sternstunde Philosophie. Am nächsten Sonntag spricht Wolfram Meilenberger mit der spanischen Philosophin Elisabeth Duval darüber, wie es ist, sich im Körper eines Mannes als Frau zu erkennen, existenziell, sozial und rechtlich. Eine Frage, die zurzeit auch in der Schweiz kontrovers diskutiert wird. Und jetzt gleich wird's bunt. Die US-Amerikanerin Georgia O'Keefe malte die Welt so, wie sie sah, und zwar anders als alle anderen. Ihre farbenfrohen Blumenbilder sind heute Ikonen des 20. Jahrhunderts. Lassen Sie es blühen. Eine gute Woche. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020